Ricardo Friesen aus der Mennonitenbrüdergemeinde Philadelphia, Paraguay, Johannes 10, 14-16. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. So wie mein Vater mich kennt, ich den Vater. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht in diesem Färch sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden auf meine Stimme hören. Und alle werden eine Herde mit einem Hirte sein.